Am 9. Oktober 1992 hat uns ein Schock versetzt, denn unser langjähriger Vertrauensmann Albert Eignis plötzlich verstorben. Und acht Tage später hat es unter 100-jähriges Problem stattgefunden, wenn alles abgesagt. Und wie soll es jetzt weitergehen? Die Männer, wer übernimmt den Vorsitz, wer macht den Vertrauensmann? Und dann haben sie vorgeschlagen, dass ich im Vorfeld beschäftigt war mit Bildern von Chronik, die Einladung und Werbung und Plakate. Ich kann doch das machen. Bis dann war das ungewöhnlich, dass es der Frauenvorsitz macht vom Alpverein. Mit Zustimmung meiner Familie haben sie gesagt, ich mache das vor zwei Jahren. Und dann sind wir wieder. Aber es ist ein Jahrzehnt drübergegangen, bis Renato, der meinen Job übernommen hat. Dann hatte ich Ziele. Die Landschaftspflege, Naturschutz und Albert Eignis weiterzuführen. Also mit dem Rauberwiesli hat ja alles angefangen. Jahrzehntelang ist das gepflegt worden. Von Eignis, vom Albert Eignis. Man hat es freigemacht vom Wald und vom Gras, dass man sich da oben aufhalten kann und grillen und sitzen. Man hat müssen auflaufen. Man hat ja hinausfahren dürfen. Einer ist vielleicht rausgekommen mit der Mähmasche oder mit. Und dann ist man zum Schluss runter. Das war das Schönste. Man ist zum Vesper, zu Eignis in der hinteren Straße. Und da hat es ein Vesper gehen. Belegte Wickler und Breedle. Wunderbar belegt von der Lina und Elisabeth. Das hat das Vesper meistens länger dauert als das Meer.